... Scheiße Ja, machen wir das Ok, bin ich zu hören? Bin ich auch in der letzten Ecke zu hören? Ja Ok Super, da fliegt schon die Drohne Ok Herzlich willkommen hier im Waldschiff auf dem Zahn im wunderschönen Ort Lendran Ich freue mich, dass ihr alle da seid Und ich bin hier auf diesem Checking-Appleisch Begrüßen, Anja, Helmut, Fabia, Stefan, David und Thomas Dann sind hier die Schwimmmeister, Michael, Pastal und Thomas Auf großer Fleisch Genau So, dann begrüßen wir hier Und dann, Herr Kuchenbecker Wo ist er? Da ist er, Herr Kuchenbecker Herr Kuchenbecker ist vom Weltrekord-Institut für Deutschland Jawohl Genau Und der wird heute angezeigt Der Neufgang hat sich Den Weltrekord-Stand Und 2 Minuten 20, 11 Ob wir nach Kuchenbecker Und der Wasserlauf Ihr habt das richtig gehört Am gelaufen Ja Du trägst vorne hier an, ne? Genau Du tauschst erstmal da rüber Ja, genau Wir tauschen, dann machen wir die Notflasche nachher in Obermarkern Weißt du die? Okay